Süße Überraschung, Sarafina Wollny erneut schwanger. Wieder Nachwuchs bei den Wollnys? In den letzten Jahren sind die Mitglieder der berühmten TV-Familie gesegnet mit zahlreichen Stammeshaltern, im Mai 2021 durfte sich Sarafina Wollny, 27, über Zwillinge freuen. Ihre kleine Schwester Lavinia, 23, bekam im März 2022 Tochter Heilje und ist aktuell wieder schwanger und erst vor wenigen Tagen kam der erste Nachwuchs von Nesthäkchen Loredana, 18, zur Welt. Doch damit nicht genug, nun ist Sarafina wieder schwanger. Niemals hätten wir damit gerechnet. Unser drittes Weihnachtswunder. Wir sind überglücklich und einfach dankbar. Emory, eins, und Kesi, eins, werden große Brüder 2023, teilte die TV-Bekanntheit auf Instagram überglücklich mit ihrer Community. Dazu postete sie ein Foto mit Kissen mit den Namen ihrer Zwillinge und einem Ultraschallbild in der Mitte. Schon vor der Verkündung hatten die Fans spekuliert, ob Sarafina und ihr Mann Peter, 29, vielleicht bald wieder ein Baby auf der Welt begrüßen dürfen. Sie vermuteten, in einem Video einen Babybauch unter dem Pulli der 27-Jährigen entdeckt zu haben. Und offensichtlich haben sie dabei ein gutes Auge bewiesen.